Das hier ist ein Notruf. Ich habe etwas Schreckliches herausgefunden. Uns bleibt nicht viel Zeit. Sie, dieser Orden des reinen Blutes, wollen unsere Welt in den Untergang stürzen. Sie wollen den Blutgott beschwören. Ich weiß, das klingt total verrückt. Er sieht sich das alles selbst für nichts als ein makaberes Spiel. Ich meine, Blutgott? Aber es ist keines. Es ist Wirklichkeit. Sie brauchen Blut. Viel Blut. Menschen werden auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet. Und mit jeder Minute, die vergeht, kommen wir unserem Ende näher. Sie dürfen dieses Ritual nicht vollziehen. Sie dürfen das letzte Opfer nicht vollbringen. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Aber ich schaffe das nicht alleine. Bitte, hilf mir zu verhindern, dass die Welt den Blut ertrinkt. Mein Name ist Hannah. Und ich brauche deine Hilfe. Das letzte Opferoto. Und ich brauche deine Hilfe. Mittal ist besonders neu.